Hallo Leute, hier ist der Max und es ist soweit, die Battlefield Beta ist am Start, also die Battlefield 2042 Beta und wenn ihr das Video seht, könnt ihr das Ganze schon spielen und ich sitze auf der Arbeit und kann nichts machen. Zum Glück durfte ich das Ganze schon vor ein paar Tagen anspielen auf einem extra Event von EA, deshalb jetzt einfach mal ganz kurz, jetzt ohne großartig gescriptet, der ungeschönte erste Eindruck von mir zu Battlefield 2042 und denkt dran, ich bin genauso ahnungslos in dem Game wie ihr jetzt zur aktuellen Uhrzeit. Ich habe das 2, 2, 3, naja, sagen wir mal eher 5, 6 Runden, war schon eine Weile, ging schon ein bisschen, 5, 6 Runden gespielt und übrigens, das ist ganz wichtig, bevor ihr anfangt zu spielen, updatet erstmal eure Nvidia Treiber, bringt die auf den neuesten Stand, sonst geht nichts. Das Problem hatte ich auch, ich wollte anfangen zu spielen, da habe ich erstmal festgestellt, Mist, Grafikkartentreiber updaten, das heißt, ist das erste, was ihr jetzt machen müsst, geht euren Grafikkartentreiber updaten. Und während ihr wartet, bis eure Grafikkartentreiber geupdatet sind, könnt ihr mir ein Abo dalassen und das Video liken, wenn es euch gefällt oder ihr könnt auch mal bei mir auf Twitch vorbeigucken, wahrscheinlich werde ich heute Abend mal ein bisschen das Game auch stream suchen. So, also Battlefield 2042. Ich war wirklich schon ein bisschen hippelig davor, als ich das Ganze spielen durfte, normalerweise früher, kann ich euch sagen, hätte ich wahrscheinlich schon eine Woche vorher gedacht, jawohl, bald darf ich es ausprobieren, bald darf ich es ausprobieren. Diesmal muss ich sagen, okay, es war nur eine Stunde vorher, wo ich gedacht habe, jawohl, gleich geht es los, gleich kann ich das ausprobieren, aber ich war schon ein bisschen hippelig. Also ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, denn die letzten zwei Battlefields haben mich ja ein bisschen kalt gelassen, haben mich nicht so wirklich angesprochen, aber Battlefield 2042 vom ersten Trailer an, ja, das habe ich ja oft genug gesagt, fand ich richtig nice. Deshalb gleich mal zwei Sachen am Anfang. Bin ich enttäuscht, nachdem ich jetzt die Beta gespielt habe? Diese 5, 6 Runden. Nee, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Bin ich hyper, mega geflasht und finde alles geil? Auch nicht. Aber das hätte man bei mir wahrscheinlich auch nicht vermutet. Aber ich kann gleich sagen, es schimmert wirklich an vielen Stellen ein gutes Battlefield-Game durch, auch ein Battlefield-Game mit den richtigen so Battlefield-Momenten, wie man das erwartet. Und ja, also macht's und also wo man Battlefield merkt, ist es auch richtig nice in Battlefield 2042. Fangen wir mal mit einer Sache an, die ich wirklich richtig nice finde und das ist, wie sich die Waffen anfühlen. Das ist nicht Rückstoß, freies Dauerfeuer, Sprühen und Beten, Dauerfeuer, Abenteuer, wie auch immer man das nennen macht, über alles ist Distanzen. Das geht nicht. Also, die haben das schon wirklich sinnvoll gemacht. Man kann Visiere tauschen on the fly. Also, ich kann von Kimme Korn, von Ironsides auf Red Dot switchen, auf einen ACOG-Visier. Das ist auch sehr praktisch, weil die Distanzen sind schon relativ groß. Ja, also die Map, die man spielen kann, Orbital, heißt das Ding, glaube ich, in der Beta, die ist mittelgroß und das ist schon sinnvoll, dass man das switchen kann. Und es ergibt sich da so ein ganz eigener Flow aus Waffe, switchen, nach Gegnern gucken und sonst wie. Das fühlt sich gut an und das Schießen fühlt sich auch richtig gut an. Also, das Waffenhandling, der Impact, wenn man Gegner trifft, wenn man Gegner killt, ist nice. Was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen gebraucht habe für, ist zu erkennen, wenn ich einen gekillt habe, da kommt zwar so eine Einblendung, aber ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass das eine Kill-Anzeige ist, ja. Vielleicht machen sie ja da noch was dran. Aber insgesamt, also das Waffenhandling und das Feeling der Waffe, das fühlt sich richtig gut an. Und das ist ja eines der absoluten Kernbestandteile von einem Battlefield. Das ist schon mal richtig gut. Movement fühlt sich auch gut an, auch wenn leider nicht so ganz ersichtlich ist, wo man jetzt genau hochkommt, wo nicht. Manche Steigungen kann man rauf springen, manche Steigungen nicht. Da wird man wieder quasi so halb runter teleportiert. Also es gibt keine wirkliche, ich falle runter Animation, sondern man klettert hoch und dann ist man nicht oben und dann ist man wieder unten. Man kann jetzt sliden und ich dachte am Anfang auch, nee, nicht wieder ein Game, wo rumgeslidet wird oder sowas. Ich fand das erstmal doof, aber ich muss sagen, in Battlefield 2042, das Sliden fühlt sich zügig an. Das fühlt sich direkt an und das fühlt sich okay an. Also da haben sie meine Bedenken ausgeräumt, Slide-Mechanik ist okay. Aber wie gesagt, das Waffenhandling war für mich das Beste an dem ganzen Test. Das Waffenhandling, es fühlt sich einfach gut an, wenn man trifft und es macht richtig Spaß. Also den Kern haben sie schon mal gut getroffen. Battlefield Feeling kommt auch öfters durch. Zum Beispiel, wenn man nicht gespottet an einer Flagge rumstellt, so Sektor heißt das jetzt, ja, aber ich nenne es einfach mal Flagge, rumschleicht, gute Posi hat, alles basht, dann fühlt sich das Game richtig gut an. Und da sind auch wirklich viele Stellen, wo sich das Game gut anfühlt. So, aber jetzt muss ich nochmal den Elefant im Raum ansprechen. So eine der großen Neuerungen von Battlefield 2042, nämlich 128 Spieler und die Mapgröße. Also Orbital ist ja einer der mittleren Maps. Es wird noch Maps geben, die sind viel größer und wahrscheinlich auch Maps, die sind kleiner, aber Orbital ist so in der Mitte. Und ich muss sagen, ich bin mit der Map noch nicht so richtig warm geworden. Vielleicht kommt das noch, wie gesagt, 5, 6 Runden reichen bei weitem da nicht aus. Aber Orbital, auch von der Landschaft her und den Hotspots und den Sektoren und wie das aufgeteilt ist, das wirkt auf mich wie so ein bisschen eine Battle Royale Map. So mit unterschiedlichen, möglichst viele quasi Hotspots, verschiedene Schauplätze auf der Map platziert und das zu einem halbwegs runden Gesamten verbunden. Nur mit dem Unterschied, dass die Map halt eben nicht kleiner wird, wie bei Battle Royale, wo sich das Ganze dann verkleinert mit der Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, so cool es ist, wenn die Rakete startet, das kann ich euch auch mal zeigen. Ich muss sagen, ein bisschen uninspiriert wirkt die restliche Map auf mich. Mag jetzt vielleicht den Big Brain Designern bei Battlefield oder bei DICE ein bisschen Unrecht tun, aber auf mich wirkt die Map jetzt nicht, als hätte ich gesagt, oh, das ist ja mal, das sprießt und sprüht an allen Ecken vor guten Ideen. Also es ist nicht so, wie als wenn ich das erste Mal, sagen wir mal, Damavent Peak Rush gespielt habe oder sowas. Gut, es ist auch nicht Rush, aber auch andere, also die Map ist in Ordnung, aber zum größten Teil ist es halt ein bisschen hügelig. Hier und da ein paar Gebäude, ein paar größere Lagerhäuser, ein paar Tunnel, die sich lustigerweise anfühlen, auch mit der neuen Jeep und Fahrzeugphysik, als spielt man die letzte Mission Halo 3, wo man mit dem, wo man mit dem rumfährt und dann fliehen muss, falls das noch jemand kennt, es gibt ein Hochhaus und es gibt die Rakete. Das geht durchaus in Ordnung, aber die Mega-Verzückung habe ich persönlich bei der Map jetzt nicht gespürt. Das juckt mich aber auch gar nicht so sehr, wenn die Spielbarkeit stimmt. Und da hatte ich ja im Vorfeld durchaus die ein oder anderen Bedenken, wobei man sagen muss, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat noch niemand 100% das System kapiert mit Battletrops und Fortbewegung über die Map. Also es hat noch keiner so richtig verinnerlicht und die Map-Anzeige hat bei mir auch in dem Bild, was ich spielen durfte, nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das heute in der Open Beta oder in der Beta, die ihr spielt, anders ist. Ich konnte die Map nicht aufmachen, nicht groß. Das heißt, man hat nur beim Respawn Übersicht gehabt von der ganzen Map. Das war nicht so wirklich nice. Das heißt, man konnte auch schwer einschätzen, wo muss ich jetzt hin, was geht hier überhaupt ab, außer im Respawn-Bildschirm. Und vielleicht stellt sich dieser Flow noch ein, dass sich das nicht so gestückelt und so anfühlt. Weil aktuell hat sich das für mich so dargestellt. Die Map hat mehrere Hotspots. Es sind halt Artflacken in Conquest. Und sobald irgendwo im Spawn-Bildschirm ein roter Punkt war an der Flagge, spawnt einfach drei Viertel des Teams da, alle Reihen an diesem einen Punkt und sonst ist kaum noch irgendwas los. Also für mich hat sich das mit den Spieleanzahlen und dem System, wie es jetzt war, eher angefügt, als ist es entweder Clusterfuck Deluxe an einem Punkt oder leer. Und rumrennen, ohne was zu treffen. Das kann dann, wie gesagt, an mehreren Punkten liegen, dass die Map nicht funktioniert. Dass man das noch nicht so drinne hat vom Flow, wie man Battletrops macht und wie man von A nach B kommt. Oder wie man beispielsweise auch die Ziplines auf der Map verwendet und sowas. Aber so hat es sich für mich zumindest im Ersteindruck angefühlt. Clusterfuck oder leere, es ist wenig los. Mich würde auch mal echt interessieren, wie das Ganze auf euch wirkt, falls ihr das Ganze schon mal gespielt habt. Denn ich denke, je nachdem, wie lang man das Game spielt, könnte sich das auch widerlegen oder verstärken oder ändern. Deswegen würde mich das echt mal interessieren. Eine weitere Sache, wo im Vorfeld viele Leute Bedenken hatten, war das mit den Specialists. Dass du jetzt ja quasi so eine Art unterschiedliche Klassen, ja kann man es Klassen, Battlefield-Klassen gab es ja schon immer, dass du jetzt quasi Operator hast. Man darf sie ja nicht Operator nennen, das mag ich eh nicht. Und so schlimm oder so schlecht, wie das im Vorfeld gemacht wurde. Ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, Leute, es ist kein so großer Unterschied zum alten Battlefield-System. Aber es wurde von vielen Leuten schlecht geredet oder schlecht gemacht. Und ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, ja vielleicht ist ja da was dran. Aber ich muss sagen, alles was ich jetzt von Specialists gesehen habe, das ist gar nicht so wild. Also es ist das alte System mit ein bisschen mehr Verfeinerung. Du kannst beispielsweise auch, wenn du Webster spielst, das ist der Specialist mit dem Crappling Hook. Oder wenn du Maria Falk spielst, das ist die mit der Pistole, wo du Leute heilen kannst. Du kannst auch andere Kids auswählen. Also du musst nicht zwangsläufig, wenn du jetzt den Medic, in Anführungszeichen Specialist spielst, musst du nicht Medipacks mitnehmen. Du kannst allerdings auch, wenn du den Assault oder den ein bisschen agilen mit Crappling Hook Specialist spielst, kannst du trotzdem ein Medipack mitnehmen, um dich und andere Leute zu heilen. Also das sind eigentlich die alten bekannten Klassen von Battlefield nur mit ein bisschen mehr Verfeinerung. Es ist weit von, sagen wir mal, diesen Klassen-Login jetzt von Rainbow Six oder sowas entfernt. Ich finde es gut, wie es ist, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt nichts wirklich großartig dran auszusetzen. Außer, und das ist was, was aber auch ein bisschen an der Map liegen könnte, das hat jetzt nicht wirklich was mit Specialists zu tun. Ich hatte den Eindruck, mir geht ein bisschen viel Fallschirm-Action ab. Man kann von großen Gebäuden droppen, okay, man kann ziemlich oft in der Luft spawnen, sei es direkt auf dem Dach oder in Helis, davon gibt es auch relativ viele, oder in so, was sind denn das, so Osprey-Helis, wo auch, ich hatte das, ich habe an den Himmel geguckt und auf einmal segeln über mir zehn Leute runter. Also es kommt mir so vor, als stellsten sich ein bisschen viele Gegner permanent per Fallschirm an mich ran. Und dann mit dem Crappling-Hook hast du noch den Specialist, der auf jedem Gebäude oben hocken kann und wo man zu Fuß teilweise gar nicht oder nur langsam raufkommt. Und da muss ich sagen, das ist mir fast schon ein bisschen viel des Vertikalen. Also du kannst ja gar nicht wirklich genau einschätzen oftmals, wo denn jetzt hier irgendwo was abgeht. Das ist, ja, Fluch und Segen zugleich von zu viel vertikalem Gameplay. Über den technischen Stand der Beta will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Es läuft nicht wirklich gut, aber ganz okay und es glitscht öfters rum, was Animationen und Effekte angeht. Aber ich meine, was wäre denn Battlefield ohne Bugs bei Release und außerdem dürfte das Open-Beta-Bild auch ein bisschen, oder generell das Beta-Bild auch ein bisschen älter sein. Das haben sie ja auch nochmal betont und eine Sache muss ich auch noch schnell ansprechen, das Wettersystem. Das Wettersystem, also dieses dynamische Wettersystem, wo es anfängt zu regnen, wo es einen Sturm gibt, der übrigens richtig cool aussieht. Ob der dann spielerisch so nice ist, muss ich noch zeigen. Das Wettersystem ist auf jeden Fall, sieht das richtig nice aus und gibt der Map Abwechslung. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech. Ich habe vier Runden gespielt und es war immer nach relativ kurzer Zeit Regen auf der Map. Immer. Es soll ja angeblich random und dynamisch sein. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Kann ja auch sein. Aber ich muss sagen, mich hat das Wettersystem jetzt schon nach vier, fünf Runden, kann auch wie gesagt einfach Pech gewesen sein. Mich hat das Wettersystem nach vier, fünf Runden schon ein bisschen abgenervt. Nennt mich Oldschool, aber wenn das wirklich so oft so ist, nach drei Minuten fängt es an zu regnen, dann wäre es mir ohne dynamisches Wetter fast lieber. Kann man sich sicherlich viel drüber streiten jetzt. Tja, ihr seht, erster Eindruck ist doch ein bisschen gemischt. Aber insgesamt muss ich sagen, es schimmert schon ein echt gutes Battlefield durch. Was auch so das, wie sagt ihr immer, das passende Battlefield hat. Und ich hoffe, dass sich das noch verstärken wird, umso länger man das Ganze spielt, umso mehr man davon spielen kann. Meine Kritikpunkte habe ich natürlich. Und tja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich will jetzt auch nicht zu viel in das Video noch reinpacken, sonst rede ich hier drei Stunden. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich auch, interessiert mich selbstverständlich. Ihr wisst, ich lese alle Comments. Eure Meinung zu dem Game in den Kommentaren. Wir sehen uns jetzt. Macht's gut. Bis denn. In nächster Zeit gibt es noch ein paar mehr Battlefield-Videos. Es gibt auch viele Sachen, die ich ansprechen muss. Macht's gut. Bis denn. See you. Ach ja, Leute, ganz vergessen. Ich habe noch vier Beta-Accounts. Wenn ihr keinen Bock habt, auf die Open Beta am Freitag zu warten oder das Ganze vorzubestellen, dann schreibt mir einfach einen Kommentar hier unter das Video, was euer erster Eindruck so vom Game ist, was ihr gesehen habt. Und folgt mir auf Twitter, damit ich euch anschreiben kann. Ich suche mir einfach random Leute raus. Es wäre gut, wenn ihr auf eurem YouTube-Profil Twitter Social Media Zeug verlinkt habt, damit ich das zuordnen kann. Ansonsten wird es ein bisschen kompliziert. Also, bis denn. See you.